Oder auch nicht. Oh. Oder auch nicht. Alles nur Lüge. Ablenkung. Alles klar, alles klar, alle klar, meine Jungs! Hallo und herzlich willkommen zu... Wer da? Wir sind hier nicht allein, ja? Guck mal, feststellbar. Oh, bei mir wurde Foskehngas eingesetzt. Äh, ja. Also, hier habe ich noch mal meinen Teammate. Der kann nicht sprechen. Weder noch. Da kann ich über die Tränen reden. Random? Genauso wie ich wahrscheinlich für ihn. Aber das ist verständlich. Gasmaske an. Giftgas. Und so. Klar steht, ja, wir machen... Ich mache jetzt Verteidigung. Das spielen wir. Und wir müssen verteidigen vor den gegnerischen Offensiven, die irregulär kommen können. Und von allmöglichen Richtungen. Okay, da war schon einer. Oh, schnell! Schießen, schießen, schießen! Ich weiß nicht, wo wir verteidigen müssen. Tja. Dann werden die wahrscheinlich nur von hier kommen. Und von da vorne, wo er ist. Gut. So, schnell die nachladen, nachladen, nachladen. Ich habe gerade den Mörser reingeworfen. Der hat sich ausgerüstet. Ah, ich wurde abgeschlachtet. Gut. Den habe ich jetzt nicht mitbekommen. Der ist mir an der rechten Seite wahrscheinlich runtergesprungen. Aber gut. Kann passieren. Ich bin nicht der Beste hier in diesem Spiel. Wir kämpfen hier zwar nur gegen NPCs, aber NPCs können ziemlich in der Masse tödlich sein. Denn Masse ist klasse, ne? Wie wir wissen. Russen. Eben. Ja. Und man verfehlt auch manchmal, obwohl man dem mitten ins Gesicht schießt. Aber das sind so kleinere Probleme, die kommen halt vor. So, ich bin wieder da. Und es gibt neue an hier. Es gibt noch einen R-Mark hier. Rechts sieht man auch nochmal in Position, wie man sich aufschüttet, ne? Oh. Ich bin kein Französisch, bitte wiederholen. Am besten auf Deutsch. So, ich bin ready. Und dann hier. So, jetzt fahren sie. Wir können jetzt jederzeit kommen. Das ist die Direktion der Kurs-Marschale. Oh. Dann. Kommt her hier. Weiß es nicht. So, zwei Granaten. Das sollte ausreichen. So, den haben wir. Oh Gott. Wo kam der her? Doch, von hier oben. Das ist eine schlechte Information hier, wenn sie von oben kommen. Meine Munition. Mann. Oh, la, die war schwer. Ich muss weg. Gut. Das wurde nix. Mein Team-Mate hat neben mir gestanden. Ich bin gegen ihn gerannt. Oh. Klingt mir dann anders, als wäre auch mein Team-Mate. Das ist fast gestorben. Ah, der Stole. Ach, du Heilige. Black Man. Er war alleine. Er war alleine. Welle 5. Ich glaube niemals, dass wir Welle 10 oder 100 erreichen werden. Zweifel ist. Also mit der momentanen Taktik wird das nicht. Nachladen muss man fliehen. Was soll man machen? Da rennt er. Da rennt er. Alles klar. Er ruft. Ich wurde getroffen. Das war doch voll daneben. Alles klar. Ich habe den Kampf. Ich habe den Kampf. Pistole. Genau so. Ein Bayonet. Das ist schon mal vorteilhaft. Im Nahkampf. Das Bärz hier glaube ich, kann ich jetzt auch nicht magazinmäßig nachladen. Das ist ein Fortschritt. Weil mit dem Bell, wie ich da fertig nachgeladen habe, war ich Rentner. Alles klar. Oh, auf unseren Sektor. Nein, weg hier. Nein, weg hier. Ich komme halt. Wir sind die Black Division. Oh, Holla. Ah, scheiße. Das war nicht so geil. Ich konnte mich rechtskriegen. Rechtskriegen drücken. Das passiert bloß nichts. So. Das war nicht mal im vorderhaften Kampf. Das war nicht so geil. Was? Töten, töten, töten. Kommt hier, Jungs. Kommt von oben. Magazin, endlich. Das nenne ich mal Verbesserung. Ja gut, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Jungs. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Oh, mhm. Ich brauche eigentlich keine Munition. Ich habe eigentlich alles, oder? Von der Pistole. Oh, da brauche ich. Nachladen hier. Was ist denn? So, nachgeladen. Alles ready für den Kampf. Hoffe ich doch. Ne? Wenn nicht, das wäre schlecht. Das wäre wirklich schlecht, wenn wir es jetzt nicht schaffen. Hier müssen wir hin. Anstehen. Ballern. Ähm. Bin ich falsch? Oder kommen die noch weiter rechts? Der Garde-Mö. Ja, sind die da hochgeschossen. Also, da ist irgendwo einer rein. Okay, hat sich schon der Kollege drum gekümmert. Holla. Oha. Ich gucke hoch. Ne gleich. Gut, das nenne ich mal ein Ende. Ich habe eine Granatensplatte abbekommen. Im Gesicht. Hat weh getan. Aber nur ganz leicht. Oh, der Typ stirbt dann doch gleich. An so'n schönen Starredraht. Erstmal Beinen weg. Der hat sich ein Problem gelöst. Für den ist dann der Krieg vorbei. Naja, man kann nur hoffen. Die Kollegen das besser machen. Ich schaffe mich. Ich schaffe mich. Und sterben. Ich bin auch schon zu oben gewesen. Und es wenden. Ich schaffe mich. Ich schaffe mich. Oho. Ja. Ja. Sieht gut aus. Gut, da bin ich wieder. Also. Wir müssen mal landen. Hoffentlich wird es diesmal nicht so enden wie beim letzten Mal. Die Förderungspersorgung hat sich nicht verändert. Na dann, willkommen wieder. Waffe in die Hand. Alles ready. Ne, müssen wir erstmal durchschütteln. So. Skengars. Ja gut, das ist aber weit rechts, nicht? Macht mir wenig aus. Weiß aber doch, das wird ein Rechtspush, nicht? Weil die ja dann immer da pushen meistens. Oder auch nicht. So. Oder auch nicht. Alles nur Lüge. Ablenkung. Alles klar, alles klar, alles klar, meine Jungs. Meine Grenade. Alter, was? Alter. Ich hab'n Kopfschuss kassiert. Tja, man kann sterben im ersten Weltkrieg. Wie man sehen kann. Man kann schnell sterben. Und wenn man einmal tot ist, ist es vorbei. Ich glaub, bei Welle 10 werden wir alle sterben. Spätestens. Oh, jetzt kommen sie hin, um ihn zu holen. Läuft, er läuft, er läuft. Er läuft weg. Er macht die Sprinter-Daktik. Er macht... Hier. Er zeigt mal richtig hier. Wie es funktioniert mit Weglaufen und Schießen. Hit and Run, Alter. Hit and Run, würde ich sagen. Naja. Du bist nicht so planerfüllend. Sein Planer will schon, aber... Dauert halt lang. Was? Der Holy Head Grenade. Hat er eine Holy ausgepackt hier. Ich seh schon. Das war eine Holy Grenade. Die war Holy Moly. Die war richtig Holy. Oh, das ist ein Stich in den Rücken. Aber der hält ganz schön viel aus hier. Der kann doch nicht noch immer leben. Stirb endlich. Blackman, Blackman, what you gonna do? What you gonna do if he come for you? Ich habe eine Pistole hier. Ein Schwarzer, ein Schwarzer. Das ist ein Harzer hier. Guckt euch an hier. So weift alles. Unsterblichkeit. Forever. Forever. So, nicht. Für immer. Nein. Also, ich bin dafür. Für einen schönen Kampf an der Front. Ich bin dafür. Das mache ich später, glaube ich. Nein, ich bin noch nicht. Noch nicht. So, Munition ist voll. Ja, das weiß ich selbst. Okay, ich habe einen Spitter bekommen. Ein leichter Streifer, aber... Spitter ist Spitter. Er geht tief in die Fresse. Auch richtig weh. Ein Hinterhalt. Ich habe es nicht gewusst. Ich hätte es ahnen müssen. Scheiße, Granade. Garde moi. Jetzt wissen müssen. Zum von hinten. Nachladen. Der Tuch ist aber auch gekommen. Oh, sieht gut aus. Das habe ich nicht erwartet, aber ich habe meine Asien noch eingelöst. Mein Scores war relativ hoch, auch wenn ich weniger Kills habe und mehr Tudel. Ich habe viele Assists. Meine Präzision ist höher als der R-Mark, aber Schüsse gefeuert habe ich mehr als der Sven. Und mein Ping ist schlechter, mein Ping ist immer schlechter. Aber warum habe ich so einen hohen Scores? Aber was mache ich denn? Ich werde dich rechnen! Oder wie? Oder was? Der Mack ist der letzte. Ich bin gestorben, der andere ist auch gestorben. Sind alle gestorben. Was machst du denn? Die zweite Runde habe ich gehört. Noch eine Rettung! Vielleicht die Rettung in einer Art. Naja, ich hoffe drauf. Ich hoffe nur drauf. Mehr kann ich nicht machen. Wenn mir die Rettung da ist, dann ist alles da. Dann ist es gewonnen. Dann ist es Bingo, dann ist es Polen, dann ist es Polen. Dann ist endlich Ruhe hier. Endlich Frieden. Oh, Artillerie. Aber wo? Sollte Entdeckung bleiben. Ah, ein Aufklärungsflug. Das könnte jetzt helfen. Macht das endlich. Meine kommen von woanders. Das war ein Trick. Alter, der war gepanzert. Ja, die Waldfee. Was ist denn da los? Oh, der wird erstmal nachgeladen. Ja. Immer noch hoch. Schön. Was ist das? Geist er weg hier. Ich muss dich alleine lassen, Sven. Oder kann ich das... Ja, muss ich. Drei schießen. Laden. Munition. Munition, ja. Da ist Munition. Schöne Munition. Das, was man braucht. Der typische Alltag. Die gute Munition. Von Seiten. So. Hm. Von wo kommen sie? Das würde mich interessieren. Kann mir das jemand sagen? Äh, da hinten ballert. Das ist mir nicht ganz gut vorschnell. Da wird noch sowas von schon wieder von da ablaufen. Oder ne. Wenn der hier jetzt schon fließt, dann heißt es dort auch was. Das ist was. Das ist was. Hm. Wo ist Ball an? Wir haben Level 4. Da danach. Da hat eine Granate. Da hat eine Granate. Wow. Doch weh. Oh, töten, töten, töten hier. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Wir haben es geschafft. Wir haben 10, Alter. Tja, unser Trupp levelt. Wir sind verdammt viele. Oh, ein goldender Neuen. Ich wollte nicht den Jet öffnen. Oh, wir machen hier Head-Glitching. Head-Glitching WW2. Boom, 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 boom. Ach, das Magazin muss immer erst leer geschossen werden hier, bevor ich nachladen kann. Das ist ja scheiße. So, Munition aufheben. Meine Punkte sehen gut aus. Meine Kills eher weniger. Nicht der Beste. Ich brauche mehr. Das muss hier verragend sein. Maximale Leistung. Ich bin Level 62. Ich muss hier was zeigen. Ich muss kurz nachladen. Ja, sehr viele Kopfschütze werden hier verteilt. Nachladen. Oh, drei Hausen hier. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst rein werden. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es so weitergeht. Meine heutige Folge dann. Wer da? Aber erst mal. Schreibt mir Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Und dann sieht man sich. Ciao. Ciao.